Liebe Leute, die Reihen lichten sich und trotzdem habe ich immer noch Jungpflanzen vom Frühjahr übrig. Ich habe hier immer noch den Lauch, den ich geschenkt bekommen habe. Das habe ich mich jetzt nicht getraut, den raus zu pflanzen, als es so geregnet hat, weil die Schnecken killen den einfach über Nacht. Dieser Mangold ist auch noch vom Frühling. Den habe ich aufgehoben. Der zieht heute zu einer Freundin um. Dann habe ich hier noch ein Brokkoli-Pflänzchen. Das kommt auf jeden Fall noch ins Beet. Und die vier restlichen Maispflanzen hatte ich eigentlich als Backup für meinen Gemüseacker. Aber da stehen die eigentlich ganz gut da und wenn das so bleibt, dann ziehen die in den Schulgarten um. Und hier habe ich ein armes Salatpflänzchen. Den Rest haben die Tomaten gefressen. Dann hier in diesem Topf und in diesem Topf habe ich Ingwer-Knollen eingepflanzt und ins Gewächshaus gestellt. Mal gucken, ob die jetzt dann keimen. Außerdem habe ich immer noch zwei Tomatenpflanzen übrig, die ihren finalen Spot noch nicht erreicht haben. Aber die dürften nächste Woche dann umziehen zu ihren neuen Besitzern. Und dann tut sich hier noch einiges an meinem Pflanztisch. Ich habe jetzt mal alle meine Zimmerpflanzen ins Freie geholt, weil ich es tatsächlich leid bin, immer gegen die Trauermücken anzukämpfen. Und im Sommer erledigt sich das dann oft ganz gut. Und dann erledigt sich auch die Lage oder entspannt sich die Lage in der Wohnung mit den Trauermücken, bevor ich dann wieder neue Jungpflanzen anziehe und die kleinen Mistviecher wiederkommen. Genau, also deswegen. Verschiedene Grünlilien sind jetzt draußen. Dann hier sind noch Grünlilien-Ableger übrig. Die brauche ich nicht mehr, die werde ich verschenken. Außerdem habe ich hier so Erbsenpflänzchen vermehrt. Mal gucken, da habe ich mir tatsächlich die Mutterpflanze neu gekauft. Also ich kaufe eigentlich nicht Zimmerpflanzen, aber mir sind fast alle eingegangen, wegen den Trauermücken. Und genau, ich zeige euch mal kurz die Mama-Pflanze. Die sind jetzt hier im Schatten. Und ich hoffe, dass sie sich da ein bisschen erholt von ihrer Zeit drinnen. Also da sind auch sofort die Trauermücken drangegangen. Hier unten sind auch noch ein paar verschiedene Grünlilien, Erbsen, Pflanzen. Und hier drunter, sehr, sehr wichtig, eine Erdnusspflanze. Die ist für den Schulgarten. Und die beschütze ich besonders gut, weil die Kinder sonst traurig sind. Genau, was habe ich sonst noch übrig? Immer noch übrigen Ingwer, der hier schon gekeimt ist. Den sollte ich vielleicht mal einpflanzen. Außerdem eine Eselstiesel. Die zieht jetzt dann in einen öffentlichen Bienengarten um. Die möchte ich nur, dass sie so groß ist wie möglich. Jetzt hier im Pöttchen, damit sie ein bisschen Vorsprung hat vor den Schnecken. Noch mehr Ableger von der Grünlilie. Hier habe ich schon ein paar Geiztriebe von den Tomaten in Wasser gestellt. Sollte doch wieder erwarten, meinen Tomaten etwas zustoßen. Dann habe ich dann noch Ersatzpflänzchen. Genau, außerdem habe ich hier schon seit Ewigkeiten einen Efeu im Topf. Der soll eigentlich mal ins Haus und da ranken. Aber ich traue mich gerade noch nicht, den da ranken. Noch eine Eselstiesel, für die habe ich gerade keinen besonderen Plan. Dann habe ich hier einen Hokkaido-Kürbis. Den möchte ich auch noch verschenken an einen kleinen, jungen Gärtner. Und da hatte ich noch einen zweiten gepflanzt. Der ist jetzt hier in dem Topf. Keine Ahnung, was ich damit mache. Wahrscheinlich pflanze ich den auf meinem wilden Gemüseacker. Hier unten habe ich eine Pfefferminze umgetopft. Das ist so eine gekaufte gewesen im Laden. Und wenn man die nicht sofort umtopft, dann gehen die auch ganz schnell ein. Deswegen hat die gleich neue Erde bekommen. Ja, das ist es eigentlich so im Großen und Ganzen. Man kann ja um diese Jahreszeit einfach noch weiter ansehen, vorziehen. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt die nächsten Kohlrabi-Pflanzen einfach in die Erde gesteckt, dass die da direkt wachsen. Und genauso mache ich es auch mit den Zuckererbsen. Es ist echt krass. Schaut euch das mal an, wie die Schnecken darüber hergefallen sind. Aber wir konnten trotzdem noch viele ernten. Und die neuen Samen habe ich einfach hier an den Rand und dazwischen reingesteckt. Und dann wachsen noch mal welche nach. Wie schaut es bei euch aus? Was habt ihr noch an Jungpflanzen übrig? Lasst mich doch mal wissen, wie es bei euch ausschaut mit den Jungpflanzen. Dabei sende ich euch liebe Grüße aus dem Naturstübchen.